Musik 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 Ich tu einfach so als ob es nicht da wäre Musik 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 da guckt mich ein dicker arsch an wir haben wir nicht haben wir nicht ich tue einfach mal so alt ob das eine dekoration wäre und dass das einfach da so hingehört ich gucke dass ich dir einfach so kann vorbeikommen oder oh Äh, äh, lalala. Äh, Hallöchen? Muss die sich jetzt übergeben, oder was macht die? Was treibt die? Na, da muss ich jetzt hoch. Hallo, du kannst doch jetzt mir nicht da die... Äh, okay, gibt's noch einen anderen Weg? Nein, ja, müssen da hoch. Ich hab mal das Messer in die Hand. Ich krieg mir die auch mit dem Messer tot. Äh, hier ist langweilig, ich weiß. Äh, okay. Wollt ihr jetzt aber? Ich geh nochmal weiter. So. Oh, uhrentouren. Wir müssen hier komplett durch. Ist die tot? Ich weiß es nicht. Okay. Ähm. Wir nutzen. Den Code wissen wir immer noch nicht. Hier war ein Licker, aber mit der Betonung auf wahr. Ja, ja. Nur mal so. Ähm. Wir sind absolut ruhig. Wir sind ganz entspannt. Ganz entspannt. Hat der was daraus hängen? Ja, ja. Alles gut. Ja, 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 ja. Alles, alles im grünen Bereich. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich einfach nicht. Lololo. Und vorbei. Nein! Mach weg das Ding! Mach es weg! Nein! Mach es! Mach es weg! Mach es weg! Bitte, hab noch irgendwo Munizium. Nein! Wir müssen das irgendwie wegkriegen, wir müssen das irgendwie wegkriegen jetzt. Mach es weg! Ach! Los, bevor es kommt! Mach es weg! Eie! Oh, wir hätten es fast geschafft. Okay. Wo haben wir es letztes Mal gespeichert? Oh. Zum assistiert geändert. Sind wir jetzt so oft gestorben oder was? Warum? Ich habe nichts geändert. Warum? Echt? Also so oft bin ich doch jetzt wirklich nicht gestorben. Okay, wir gehen. Warum? Ja, ich weiß. Wo ist die Tussi? Wir gehen jetzt ganz nach oben. Haben wir hier noch was. Im Duschraum ist noch Munition. Und wir gehen jetzt noch mal. ok 3 schuss das hier können wir immer noch nicht aufmachen noch höher vielleicht kriegt man ja den ligger vielleicht kriegt man erledigt 3 Schuss mit der Pumpgun so da drin ist er da muss wirklich jetzt jeder Schuss sitzen so ekelhafte Viecher hat es jetzt einfach mal ein Spiel geändert jetzt sind wir wieder hier wir müssen irgendwie das Ding da unten in Gang bringen aber wo? sonst kommen wir nicht in den Uhrenschwurm rein und das ist da drüben weil wenn ich jetzt hier rumlaufe brechen wir gleich ein, zwei, jetzt nein, jetzt doch nicht aber wir kommen trotzdem nicht weiter weil hier ist nämlich kaputt ok jetzt müssen wir echt suchen wir müssen um in den Uhrenturm zu kommen müssen wir das Teil da verschieben dazu brauchen wir eine Stange und wo zum Geier ist diese verdammte Stange ja, die hier für das Gerät Wartezimmer gibt es vielleicht noch was Feuerleiter, Kunstraum wo ist diese verdammte Stange? so, jetzt sind wir hier wir gehen jetzt einfach mal da rüber hier hätten wir das alle sparen können verdammt so, hier gibt es noch irgendwas zu entdecken aber was? das Safe wir haben nicht die Kombination ja, der Safe wir haben keine Kombination gut da können wir aufmachen weil wir haben jetzt die Kurbel also, ob ich es bewusst hätte aber das war jetzt einfach Glück das war jetzt einfach Glück so dann gucken wir mal run, ich habe keinen Schuss es tut Glück, dass ich gerade keine Munition habe ok, gehen wir mal hier rein da ist natürlich wieder zu lenkt mich am Arsch wir brauchen den roten Schlüssel und wir brauchen Munition jetzt gehen wir mal nach oben bretter nehmen wir natürlich mit bitte Munition bitte Munition ja, Munition 8 Schuss besser wie nichts ok dazu das Dach 5 2 5 6 0 3 4 4 Oh, wie kommen wir denn jetzt da wieder hoch, ey? Äh, super da ist unsere Stange, ne? Was hat das jetzt gebracht? Hi, ne, wir sind das nicht. Ich dachte, das wäre jetzt die Stange. Oh, deswegen werden wir wieder ein bisschen Munition. Was bringt das mir hier? Das Rohr. Brauchen wir das nur ein Stück Rohr oder wie, oder was? Weil wenn ich jetzt nur das Feuer hier zuläschen, aber wenn ich das jetzt mache, kommt da Wasser aus, was total unzündig ist. Okay. Ist da die Tür offen? Okay. Wo sind wir? Bringt mir hier nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich das Feuer auch irgendwie ausbringen. Das gehen wir mal da runter. Was ist das für ein Geräusch? Und die mich eigentlich total wahnsinnig machen. Was zur Hölle? Alter. So, was ist das? Okay, wir haben jetzt irgendwas umgeschaltet. Von rechts auf links. Das gehen wir nochmal nach oben. Und schauen, was passiert. Wir sind auf der anderen Seite. Und der hier ist jetzt auf jeden Fall gelöscht. Fakt ist, wir kommen da nicht mehr hoch. Fakt ist, wir müssen da runter. Und Fakt ist, wir haben hier zwei Pflanzen. Wunderbar. Und wir werden, praktischerweise, wenn ich die richtige Taste drücke, die mal kombinieren. So, und jetzt nehmen wir die auch noch mit. Und ich hoffe nur, dass wir dann einen Speicherpunkt bekommen. Damit wir ein bisschen unser Invental herbekommen. Schön. Heizraum. Alles klar. In den Heizraum werden wir gehen. Aber nicht mehr heute, sondern in deren nächsten Folge. Ich bedanke mich mal ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.